Hey Secrets-Fans, willkommen zurück. Heute ein Replay von Toxic85, welches er mir wärmstens empfohlen hat. Und ich bin genauso gespannt wie ihr, weil ich kenne das Gefecht nicht, von daher schauen wir einfach mal, was er hier verzappt hat. Gefahren wird im Fünferbereich. Ja, Fünfer und Sechser. Schauen wir doch mal, was er hier gemacht hat. So. Die ganzen Waffen werden gerade alle aufgeladen, die Flieger sind jetzt ready. Hat schon mal Fahrt aufgebaut, der Toxic85. Hat wohl ein paar Wegpunkte gesetzt, wenn ich das richtig gehört hab. Und der erste Jäger aus seiner Luft. Als nächstes kommt der erste Torpedobomber-Geschwader, was startet. Und es wird zuerst C gespottet mit dem Jäger. Auch eine übliche Gegend, wo Torpedobomber normalerweise rumfliegen. Jetzt hat er alle Geschwader in der Luft. Und das Gefecht fängt an. Die Nikolas erobert A, der erste Jäger kommt über B rein. In der Emerald wird von dem Jäger aufgeklärt, sodass die Erober und die Nürnberg von unserer Seite direkt auf die Emerald wirken könnten. Und auch der feindliche Jäger hat quasi schon ihn als Flugzeugträger entdeckt. Sieht man an dem gelben Zeichen. Entdeckt jetzt nicht mehr. Zugegebenermaßen ist eine sehr taktische Ansicht natürlich hier. Ist natürlich was anderes, als wenn man von einem Schlachtschiff oder Kreuzer ausfährt. Man könnte sagen, ist die strategische Art, World of Warships zu spielen. Und jetzt schon sind die ersten Torpedobomber im Bereich des Angriffs. Die Leander tut schon mal ihr Nötigstes oder ihr Möglichstes. Aber ich denke mal, er hat da schon zwei Bomber verloren. Und da gibt es wohl den ersten Angriff. Und den nächsten Angriff. Ein Torpedotreffer. Zwei Torpedotreffer. Wandbomben sind auch unterwegs. Einmal in Feuer gesetzt. Zwei Zieltreffer. Schon mal 11.000 Damage zusammen. War sicherlich vielleicht nicht ganz optimal, das Absetzen der Torpedos, weil jeweils immer nur ein Torpedo getroffen hat. Aber zumindest sind sie nicht vorbeigegangen. War ganz gut. So, C wurde in der Zwischenzeit erobert. Und bei A wird noch hart gekämpft. Für B interessiert sich im Moment noch gar keine Sau. So, er ist jetzt am Suchen nach neuen Zielen. Also muss erstmal, überbrückt die Zeit, bis seine Bomber wieder aufgeladen sind. Er sucht jetzt die gegnerische Bomber mit seinem Jäger. Beziehungsweise schafft es jetzt die T-22 aufzuklären. Dadurch können unsere Leute auf die T-22 schießen. Aber er nebelt, okay. Da kommt Torpedo-Bomber, die er bis jetzt noch nicht gesehen hat. Und er zieht den Jäger sofort zurück. Man muss die Bayern aber ganz schön einstecken gleich. Eine komplette... So, jetzt ist er im Dogfight mit dem fremden Jägergeschwader. Das sieht aber nicht so erfolgreich aus. Ein Jäger hat darunter geholt. Und er hat offensichtlich beschlossen, bei A mit zu unterstützen, weil wir uns hier noch nicht durchsetzen können. Jäger sind auf dem Weg. Und du hast ja natürlich den Vorteil, dass du die Cleveland jetzt down hast. Selbst wenn die eine Luftabwehr hatte oder eine Luftabwehr geskillt war, dann hast du jetzt hier drei Schlachtschiffe zur freien Verfügung. Da knallt schon das erste Mal. Das ist aber von einem anderen... So, da geht's los. Doppelgeschwader. Die T-22 wurde versenkt. Das habe ich selber jetzt gar nicht mitbekommen, wie schnell das ging. Und die Warspat hat auch ordentlich mitgenommen und repariert sich jetzt. Das waren jetzt zusammen die vier Torpedotreffer. Bei dem Gefecht steht es jetzt so aus, dass der Gegner vier Schiffe verloren hat und die grüne Seite quasi drei. Im Moment hält grün kein Cap. Erstaunlich. Oh, die Jäger sind... Der Jäger ist wieder draußen, nachdem er ihn verloren hatte, das Geschwader. Und die Jäger, äh, die Bomber sind jetzt wieder am Aufladen von ihrer Munition. Bin gespannt, was er als nächstes tun wird. Wollen wir nämlich jetzt von hinten durchaus Druck bekommen werden. Weil der rote Gegner, äh, jetzt C erobert hat und die Erober da flüchten muss... Könnte... Könnte... Das könnte auch noch eine Niederlage werden. Gucken wir mal. Da sind die... Da ist wieder ein Torpedo... Da sind feindliche Torpedos im Wasser, aber ich glaube, das sah so aus, ob er die daneben gesetzt hat. Ich schlürfe den Ball mal einen Radler hier. So, der Jäger tut seinen Job und schießt da. Hat mit der Unterstützung der eigenen Leute, äh, hat es geschafft, einmal die Jägerflotte runter zu schießen. Die nennen anders noch. Das ist doch keine Flotte. Ein... Ein Verband. Ein Schwadron. Wenn ihr es wisst, ich komme gerade nicht drauf, schreibt es in die Kommentare. Ich komme einfach nicht drauf, wie man das jetzt... Wie man das nennt. So. Hier wird der Jäger abgeschossen. Die Bomber machen ihren Job und brutzeln den nächsten. Zwei Torpedo-Zieltreffer waren jetzt auch wieder dabei. Und da, die Bayern, hat Wassereinbruch, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm, den Jäger hat er wohl verloren. So, er ist ordentlich am Kuscheln mit seinen Verbündeten. Ja, die Flotte orientiert sich jetzt wahrscheinlich in Richtung B. Gruppe 4, Standort. Jetzt habe ich's. Geschwader. Man nennt eine Gruppe von Flugzeugen Geschwader. Und seine Geschwader werden jetzt aufgeladen und für den nächsten Angriff vorbereitet. Bis jetzt sind das schon 62.600 Schaden, bei 10 Torpedos, die getroffen haben. Und auch die Brandbomber haben schon getroffen. Und jetzt rückt hier die New Mexico, die Dunkirk vor. Und werden wahrscheinlich gerade im Gefecht zur Bayern stehen, weil die ja fast schon drei Seiten zeigt. Ja, aber da kommen auch die Torpedobomber an. Ja. Und jetzt ist es aber auch einigermaßen komfortabel. Die Anzahl der eigenen Schiffe gegenüber den feindlichen Schiffen. Und die Bayern steht, perfektes Ziel. Torpedos sind im Wasser, selbst wenn er jetzt rückwärts fährt, wird ihn normalerweise ein Torpedo treffen. Ja, zwei Zieltreffer verteidigt, Wassereinbruch verursacht. Und der Wassereinbruch wird laufen gelassen. Ja, offensichtlich wird der Wassereinbruch laufen gelassen, weil er entweder nicht mehr reparieren kann, oder weil er noch nicht will, wegen dem Feuergefecht. Ja, der Wassereinbruch läuft. Und nochmal Zieltreffer auf der Fukutaka. Und die hatte so viel Zeit. Ja, das ist schon... Unterstützer hat er schon mal. 95.000 hat er gleich zusammen. Der Wassereinbruch läuft und läuft und läuft. Die können da richtig baden drinne. Gruppe 3, kehren zurück zum Schiff. Gruppe 3, kehren zurück zum Schiff. Kassen die Kassen. Gruppe 6, kehren zurück. So, wir haben noch 8 Minuten Gefecht. Das sieht... so aus. Jetzt hat er die Bayern wohl versenkt. Abwickler und Unterstützer hat er auch kassiert. Gruppe 4, bereit. Gruppe 3, startklar. Gruppe 4, erhalte derzeitigen Kurs bei... Aber erstaunlich. Die Übermacht hat richtig... Die Übermacht so richtig entstanden ist. Am Anfang sah das noch ziemlich ausgeglichener aus. Beziehungsweise, dass sich... dass eventuell die Gruppe, die über C kam, sogar der grünen Seite in den Rücken fallen kann. Aber das haben sie erfolgreich abgewehrt. Unter anderem auch wegen einem passablen Gefecht vom Flugzeugträger. Und da sind die Torpedobomber wieder unterwegs. Jetzt ist noch eine Leander, ein Flugzeugträger und ein Diffuso da. Ich denke mal, Diffuso ist durchaus ein dankbares Ziel jetzt. Wenn man die in die Zange nimmt. Am besten von rechts und links. Dann muss sie sich entscheiden. Genau. Einmal rein vier Stück und einmal im Wasser drei Stück. Irgendwas davon trifft auf jeden Fall. Ja, ein Zieltreffer und... War nur ein Zieltreffer. Wobei Zange eigentlich oft eine gute Sache ist. Nur der Gegend, der Flugzeugträger, hat auch immer noch Torpedobomber, die unterwegs sind. Da hinten fliegt ein Brandbomber rum, den er nicht weiter auflädt, nur um den Flugzeugträger aufzuklären, den feindlichen. Zweimal Torpedobomber sind da noch, die die Königsberg angreifen. Der hat seinerseits aber die Luftabwehr ein bisschen verstärkt mit einem Jäger. Gruppe 3, startklar. Gruppe 5, zielter Schuss. Gruppe 4, startklar. Gruppe 3, behalte derzeitigen Kurs bei. So, wie sieht das aus mit seinen... ...mit seinen Ersatzfliegern? Jäger hat da keine mehr. Er hat noch 3 Bomber, die er wieder auffüllen könnte, also benutzen könnte, um seine Geschwader wieder aufzufüllen. Dann hätte er nochmal ein volles Brandgeschwader. Und Torpedobomber sind alle eingesetzt. Das heißt, er hat insgesamt noch 7 Stück zur Verfügung, die ihm noch nicht abgeschossen wurden. Da kommt jetzt nochmal ein Angriff von zwei Torpedobombergeschwadern. Die Bayern tut ihr nötigst auch, um die Fuse in Schach zu halten. Und da sind die nächsten Bomber im Wasser, die nächsten Torpedos im Wasser. Ein Torpedotreffer wird genau auf der Fuse und dann nochmal zwei und dann war es mit der Fuse. Sehr interessant gemacht, sehr interessant gemacht. Der Flugzeugträger ist auch fast down. Zu diesem Zeitpunkt möchte ich mich schon mal herzlich bedanken für das Einschalten. Wenn euch das Replay gefallen hat, lasst ein Like da, gerne auch ein Abo da. Toxic 85 hat immer mal so ein paar nette Gefechte wie jeder von uns. Sicherlich auch mal ein paar schlechtere, aber in der Regel sind sie doch ganz gut, sonst würden wir das hier nicht spielen. Von daher vielen herzlichen Dank für's Zuschauen. Euer Secrets Team. Bis zum nächsten Mal. Während jetzt hier die letzten Bilder zu Ende gehen. Tschüss.